Was ist das denn hier? Ist das hier irgendwie nicht bezahlt? Oder was ist das hier? Nein, das ist noch nicht bezahlt. Also wenn man reinkommt, begrüßt man eigentlich. Also erstmal schön von nachher zu von nachher. Guck mir mal rein, wir haben uns heute noch nicht gesehen. Ich habe mich auch nicht verlassen, dass sie hier ordentliche Arbeit machen. Schett, das finde ich mal. Aber ich war immer sehr gut zufrieden. Ja, ich hoffe, dass ich auch mit ihnen zufrieden sein werde. Aber so wie das aussieht, habe ich ein bisschen was auszusetzen. So, was denn? Die ganzen Abrechnungen, das stimmt irgendwie nicht mit den Handwerkern. Da sollten sich mal irgendwie meine Abwesenheit kümmern. Und sie nimmt den letzten, billigsten Handwerker um die Ecke. Das sieht man doch ein bisschen aus. Guck mal, verkleidet die Preise. Ist das vielleicht nötig notwendig, dass man die Reparatur macht. Kann man das vielleicht einsparen. Die Bilanz könnte auch besser sein. Eine Ausgabe, die müssen richtig komplett irgendwie lesbar dargelegen werden. Das ist ja eine Sauklaue. Echt, das kriegt mal echt eine Krise. Das geht nicht. Echt? Die heißen nicht nur böse. Ja, 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 laba, laba. Machen Sie Ihre Arbeit und dann bin ich auch zufrieden. Aber Lob muss man sich bei mir verdienen. Das gibt es bei mir nicht gratis. Wir machen einen neuen Anfang. Wir gehen ein Bier trinken und dann vergessen wir den ganzen Kram und dann werden wir auch auf den Nenner kommen. Irgendwie. Und dann machen Sie mir auch mehr Spaß. Aber so macht mir die Sache nicht keinen Spaß. Meine blöde Ehrefrau, die ist bei einem Wurzuhl und ich habe einen Wurzuhl und ich habe einen Wurzuhl und ich habe einen Wurzuhl. Ich habe das alles hier gemanagt, alles hier aufgebaut. Eine Stimme daran, die das alles ruiniert hier. Das ist ja furchtbar, was ich mir alles bieten lassen muss.